Hallo und willkommen bei Chanoir Tarot. Ich möchte heute Karten legen für Sternzeichen Jungfrau für den Monat April 2022. Ich habe dafür zwei verschiedene Tarot-Decks bereitgelegt und werde schauen, worum es hier geht im April, wo ist der Fokus, was steht so an. Ich lege vorrangig für den privaten Bereich, für die Liebe, für die Partnerschaft. Ihr könnt selbstverständlich versuchen, die Legung auch auf andere Lebensbereiche anzuwenden, wie zum Beispiel berufliches oder finanzielles. Manchmal sind die Themen ja miteinander gekoppelt, verwebt. Wenn hier Personenkarten auftauchen sollten, Königinnen und Könige, Pagen, Ritter kann für beide Geschlechter stehen. Und denkt bitte immer daran, es ist eine allgemeine Legung an alle Jungfrau Geborenen gerichtet. Ich sehe für mich hier nur so ein spezielles Szenario, was hier stattfindet. Eine bestimmte Situation, die hier die Karten aufzeigen. Das kann und wird nicht auf jeden Einzelnen passen. Wenn das so ist, dass es nicht passt, dann ist es eben nicht eure Legung vielleicht beim nächsten Mal. Okay, so, dann starte ich mal. Also, Jungfrau im Monat April. So, die wollte rauskommen. Zehn der Schwerter. Dann lege ich mal mit dem anderen Tarotdeck noch Karten dazu, um ein paar mehr Infos zu bekommen. Zehn der Schwerter aus der Stäbe. Und die Königin der Münzen. So, liebe Jungfrauen, ähm, ja, eine interessante Kartenkombi. So ganz sehe ich momentan noch nicht, wo die Reise hingehen könnte. Zunächst mal mit Zehn der Schwerter. Das deutet auf einen gewissen Abschluss hin. Da gibt oder gab es eine bestimmte Angelegenheit, die lange Probleme bereitet hatte, Kopfschmerzen machte. Man hatte sich sehr lange damit auseinandergesetzt, immer wieder Lösungen, Kompromisse gesucht, gesprochen, diskutiert, hin und her und zurück. Und leider hat man da trotz bester Bemühungen keine gute Lösung gefunden. Und das führte nun dazu, dass mit Zehn Schwertern der Punkt kam, wo man sagt, also, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr mich damit beschäftigen. Ich fühle da auch nichts mehr. Ja, bei Zehn der Schwerter hat man da auch nicht mehr die Emotionen, die Kraft und den Willen, sich damit weiter zu beschäftigen. Man lässt es los. Ja, also irgendwas wurde hier komplett sein gelassen, wurde verabschiedet, wurde fallen gelassen. Eine bestimmte Idee, dass etwas gerettet werden könnte, oder vielleicht auch ein strittiges Thema, wo man früher immer wieder rumdiskutiert hat, weil man verschiedene Meinungen hatte. Jetzt hat man keinen, lass mal drüber zu reden. Komm, lass gut sein, ich will nicht mehr. So, und dann scheint es mir, kam von irgendwoher irgendwas Neues, irgendeine tolle Idee, eine einfallende Inspiration, ein Angebot, ein Kennenlernen, ein neuer Mensch. Irgendwas Neues kam dann und hat völlig von diesem Ding abgelenkt, ja. So, ein Buch wurde geschlossen, ein Buch wurde ein neues Buch geöffnet, aber ganz schnell. Also bei den Stäben geht das auch sehr zackig. Manchmal vielleicht auch zu schnell, weil hier haben wir zwei Schwerter. Ja, und zwei Schwerter ist so dieses, eine Entscheidung suchen, aber nicht zu einer Entscheidung kommen können. Im Kopf schon wieder Ratterratter, also bei zwei der Schwerter, da hat man das Gefühl, dass es dann irgendwann auch wieder bei zehn der Schwerter landen könnte. Womöglich entsteht dieser Konflikt, weil hier etwas Neues begonnen wurde, relativ hastig und unüberlegt. Etwas, was vielleicht gar nicht nützlich ist, was so nicht den Interessen von Jungfrau entspricht, ja. Weil hier haben wir die Königin der Münzen, das ist ja eure Energie, die Münzenergie. Da geht es um diese Stabilität, es geht um Ressourcen, es geht um Vernunft, es geht um Beständigkeit, um eine klare Ordnung. Und ja, hier Stäbe und Schwerter, das ist ja nichts, womit ihr viel anfangen könnt. Also ihr könnt hier vielleicht noch mit den Schwertern was anfangen, ja. Dieses Analysieren, Nachdenken, Diskutieren, Debattieren, das ist ja vielleicht noch so ein bisschen, was die Jungfrau gebrauchen könnte, aber hier mit Stäben, das ist nicht euer Ding. Das ist euch einfach zu hitzig, zu unüberlegt, zu unvorsichtig, leicht, zu leichtgläubig, ja. Also irgendwas passt hier nicht in euer Schema. Etwas wird euch hier angeboten, aber das ist nicht das, was ihr gebrauchen könnt, was euch irgendwie taugt. Ich schaue mal weiter. Ich schaue mal weiter. Ich schaue mal jetzt hier links, direkt auf Jungfrau, wie Jungfrau das Ganze sieht. Was macht jetzt Jungfrau mit dieser Situation? Ach, der Kälte. Du sagst, nee, danke. Ich gehe dann. Das ist nicht meine Baustelle. Das passt mir nicht. Was haben wir hier? Die Prinzessin der Kälte. Aus der Kälte. Drei der Kälte. Wow, lauter Kälte. Ich möchte heute mal was anderes machen. Ich möchte zunächst mal hier auf der rechten Seite Karten für das Gegenüber auflegen, bevor ich mehr sage. Also das Gegenüber kann jetzt hier euer Partner sein oder eine Person, die ihr neu kennengelernt habt, ein Flirt, könnte der Arbeitgeber sein, je nachdem, was momentan bei euch ansteht, was euch wichtig ist derzeit, was euch beschäftigt. Das sind ja hier irre Karten, die kommen. Ein buntes Putpuri. Putpuri, Putpuri. An Karten. Okay. So, ich komme nochmals zurück auf diese zehn Schwerter. Für die einen Jungfraugeborenen wird das so sein, dass die sich nach einer beendeten Geschichte, nach einem beendeten Drama, schnell, relativ schnell, auf was Neues stürzen und das ergibt dann dieses Bild. Bei den anderen wird das so sein, dass dieses Bild hier am Ende das erzeugt, diese zehn Schwerter. Hier auf deiner Seite, liebe Jungfrau, habe ich die Prinzessin der Kelche, Ass der Kelche und Streidekelche. Das sind eigentlich total liebliche Energien, sehr leicht, sehr lieblich, sehr zugänglich, fast schon mit einer verspielt kindlichen Naivität an etwas herangehen, was hier auch sehr schön ist. Superschön. Also, wir sehen auch anhand dieser fröhlichen Rosé-Töne, dass da sehr viel Verträumtheit dabei ist. Ja, das ist ja für dich als Jungfrau auch recht ungewöhnlich, dass du sowas zulässt, weil du ja immer sehr praktisch und sehr realitätsbezogen agierst. Aber hier ja, sehe ich wirklich so eine romantische Träumerei. Das kann auch im Beruflichen sein, ja, dass auf einmal gewisse Wünsche in Erfüllung zu gehen scheinen, wovon man vorher lange geträumt hat und jetzt ist es wie im Märchen. Ja, also irgendwas ist hier wie im Märchen und hier mit der Prinzessin der Kelche ja, ist man in so einer recht verträumten Stimmung und sehr, sehr offen auf der Herzebene. Ja, hier drei der Kelche über ein bestimmtes Event, vielleicht Geburtstag, eine kleine Geselligkeit, kleiner Ausflug. ist hier sehr viel Lebensfreude, es wird sehr viel gelacht und darüber entsteht hier wahrscheinlich ein Kontakt, eine Möglichkeit, ja, mit dem Ast der Kelche, wo 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 du, liebe Jungfrau, aber ganz schnell wieder abhaust, ja, weil hier mit den zwei Schwertern hier dein Frühwarnsystem warnt dich, relativ schnell blinken da die Lampen, nein, 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 das ist es nicht und dann lieber schnell weg. Lieber schnell weg. Hier haben wir noch dieses Ast der Stäbe, wo ich gesagt hatte am Anfang mit den Stäben, das ist nicht euer Denk, das ist euch einfach zu zu naiv und zu schnell, zu forscht, zu aufdringlich, zu unbedacht. Das Ast der Stäbe, also die Stäbe können ja auch für sexuelles Interesse stehen, die Stäbe können für Ideen stehen, so von heute auf morgen, irgendwelche Verträge eingehen, die aber später wieder zurückgezogen werden. Also bei den Stäben wird viel versprochen, viel gemacht, viel Aktionismus, aber nicht immer hat es eine Langlebigkeit, ja, das Haltbarkeitsdatum ist bei den Stäben nicht so lang und deswegen gefällt euch das auch nicht besonders. also bei diesem Ast der Stäbe habe ich das Gefühl, jemand macht euch hier eine Offerte oder lockt euch oder hat euch gelockt, ja, für einige hat das hier schon stattgefunden, bei anderen kommt das noch, irgendein verlockendes Angebot, etwas, was euch aus der Reserve gelockt hatte, was euch ja offensichtlich richtig zum Träumen bringt, aber ihr merkt schnell, das hat hier weder Hand noch Fuß, das ist auf Sand gebaut, das merkt ihr dann. Jetzt komme ich hier zum Gegenüber. Da habe ich hier auch zwei der Schwerter, genauso wie bei euch, ich habe in einer Legung genau das gleiche, genau die gleiche Kombination, ich weiß nicht, wer das war, auf beiden Seiten zwei der Schwerter. jedenfalls euer Gegenüber ist hier auch in diesen zwei der Schwerter-Modus, das ist so diese Blockade, was soll ich jetzt hier machen, ja, wobei hier stärker erkennbar ist, dass diese Blockade hausgemacht ist, dass dieser Mensch sich von alleine versperrt, dieser Mensch hat irgendwelche Blockaden innerlich, die ihn daran hindern, ihn sie daran hindern, hier weiterzugehen. Hier werden auch Gefühle abgeschottet, man lässt hier Gefühle nicht zu, ja, das Wasser ist im Rücken, der Mond steht hier auch hier für den, für das Unterbewusstsein, diese verschränkte Haltung vor der Brust, Herz wird versteckt, ja, das Herz wird verborgen, das Herz wird unangreifbar gemacht, ja, und obendrein, hier mit der Herrscherin, schweigt dieser Mensch, also dieser Mensch lässt da gar nicht erkennen, warum, weshalb, dieser Mensch lässt es dich nicht wissen, dieser Mensch lässt dich nicht an sich heran, will nicht darüber sprechen, du weißt nicht, woran du bist, also sehr, sehr verschlossen, hier mit der Hohen Priesterin, will nicht sprechen, kommt da nicht mit der Sprache raus, ähm, hier mit vier der Kälte, sehe ich auch wieder, so diese Herzebene, ist verschlossen, ich lasse dich nicht ran, und nach außen wird das so ein bisschen wie, ja, wie kaprizös dargestellt, ja, wie launenhaft, ach nee, heute nicht, und das ist eine blöde Idee, und ich bin gerade müde, und ich habe Hunger, also ein bisschen, so, ja, es wird abgeblockt, ja, da werden schöne Kälte nicht angenommen, Kälte der Liebe, das, ja, was du hier alles anbietest, das wird hier nicht so richtig angenommen, ich denke mal, wegen dieser Blockade, wegen dieser Versperrung, ja, hier auf dieser Karte, ähm, sieht man auch, das Gesicht hier von dieser Frau, das ist schon so ein bisschen mürrisch, schlecht gelaunt, sie hat sich da die Kälte rausgestellt, und offensichtlich füllt der Regen jetzt diese Kälte, diese vier Kälte, ja, aber, ähm, ja, sehr gelangweilt, missmutig, hopp, sorry, dann haben wir hier noch diese schwarze Katze, mh, ja, nichts gegen schwarze Katzen, aber ist mir gerade so ins Auge gesprungen, so, ob die hier irgendwas aussagen soll, ja, dann haben wir hier den Teufel, mh, mh, ihr wisst ja, beim Teufel, da muss man Acht geben, ja, hier sind nicht nur gute Absichten, hier sind auch Hintergedanken dabei, oder, dieser Mensch hat hier mit sich zu kämpfen, ja, hat innerliche Gespenster, die ihn daran hindern, durchzukommen, sich zu öffnen, sich zu stabilisieren, dieser Mensch kämpft hier gegen etwas an, ja, entweder kämpft dieser Mensch hier gegen was an, oder dieser Mensch hat tatsächlich, mh, versteckte Absichten, die nicht ausschließlich gut sein müssen, ja, hier könnte auch, weil Aste Stäbe und der Teufel, hier könnte auch, ja, sexuelles Interesse oder einseitiges ausbeuterisches Interesse im Vordergrund stehen, aber könnte auch sein, dass dieser Mensch wirklich sehr belastet ist, ja, irgendwelche dunklen Schatten aus der Vergangenheit mit sich trägt und deswegen hier sehr stark blockiert ist und nach außen so, äh, will ich nicht, brauche ich nicht und die Schuhe mal gar nicht, hm, ich schaue mal, wie das hier weitergehen könnte, sechster Kälte, mhm, mh, 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 die Sonne, die Sonne, sieben der Schwerter, und sieben der Kälte, also, ich denke mal, weil wir haben hier auf der Seite des Gegenübers, könnte auch sogar der Arbeitgeber sein, wir haben hier den Teufel und wenn irgendwo der Teufel mitspielt, muss man davon ausgehen, dass das ein Mensch ist, der ganz genau weiß, wie der andere gestrickt ist, ja, beim Teufel hat man auch so dieses manipulative dabei, den anderen gut beobachten und dann seine Stärken, Schwächen, Bedürfnisse rausfiltern können und ich denke, dieser Mensch hat erkannt, mit was er dich, liebe Jungfrau, ködern kann. Dieser Mensch hat festgestellt, dass mit dieser herzlichen, lieblichen Kelchenergie du ganz gut zu handhaben bist, zumindest für diesen Menschen. Dieser Mensch kann auf dich zugreifen, also bildet einen Kanal zu dir über diese Kelche. Ja, charmante Wörter, Komplimente, Blümchen, also irgendwas im Kelchmodus, was dich öffnet, ja, das ist wie so ein Schlüssel im Türschloss, ja, bei den Kelchen geht es sehr viel um dieses hilfsbereit, hilfsbereit, liebevoll, charmant, süßes Lächeln, nett, Komplimente, ja, so erreicht dich dieser Mensch, zumindest hat es bisher funktioniert und also erstmal denke ich mal, wird es hier zwischen euch knallen, ja, da wird es hier, irgendwie wird das Ganze hier ausufern und dann kommt dieser Mensch wieder auf dich zu und da wird das, er oder sie wird das mit dieser Kelchenergie probieren, ach, weißt du noch damals und ja, gewisse Punkte bei dir triggern, wo du empfänglich bist, auf der Herzebene, die werden dann wieder kommen. Es ist sehr wichtig für dich, liebe Jungfrau, dass du da standhaft bleibst und einen klaren Verstand behältst, ja, das kannst du sowieso sehr gut, ja, hier diese Sonnenkarte, speziell in diesem Deck, ja, das hat hier sowas, mit Yoga verbinde ich das sehr stark, diese innere Mitte finden, zur Ruhe kommen, positive Energien sammeln, sich erden, also ist hier sehr wichtig, in der eigenen Mitte zu bleiben, um die Dinge im Überblick zu behalten, denn wir haben hier als zwei letzte Karten sieben der Schwerter und sieben der Kelche, ja, bei sieben der Schwerter geht es hier nicht so ganz ehrlich zu, die Kommunikation ist nicht ehrlich, hier kommen Lügen, Unwahrheiten, Halbwahrheiten, hier möchte jemand keine Verantwortung für seine Handlungen übernehmen und sieben der Kelchen ist dann die daraus resultierende Täuschung und Enttäuschung, ja, wenn hier einer permanent Lügen erfindet, Lügen zusammenspinnt, Ausreden benutzt, wenn es auch nur kleine Notlügen sind oder gewisse kleine strategische Manöver, landet der andere im Dunkeln, der andere ist dann konfus, durcheinander, ja, also, wenn man auf jemanden trifft, der nicht so ehrlich ist, selbst wenn man den nicht dingfest machen kann, man spürt das, man spürt das dadurch, dass man die Situation nicht klar greifen oder begreifen kann, ja, man ist dann wie so ein Taumeln ist das dann, ja, wie hat er sie das jetzt nun gemeint, wenn man sich so eine Frage schon stellen muss, ja, man da sitzt und grübelt und Gefühle analysieren muss, dann stimmt da was nicht, na gut, ich verweise nochmal auf die 10 Schwerter, ja, 10 der Schwerter ist dann wirklich zum Schluss eine Situation geschaffen, wo dieser Mensch, selbst wenn er wollte, kann der nicht mehr aufstehen, weil der ist hier festgenagelt mit den Schwertern, ja, ja, es wird eine Situation geschaffen, wo es dann, wo man dann einfach loslassen muss, na gut, ich bin am Ende angekommen, ich wünsche euch einen wunderbaren April, genießt den Frühling, passt auf euch auf, ja, alles Gute, Tschüss. Tschüss.